Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Folge 3. Let's Play Minecraft Folge 3. Unsere Sachen habe ich leider nicht mehr gefunden, deswegen werden wir einfach hier aufbauen. Dann machen wir gerade noch hier die Erde weg, dass wir genug Platz für unser Haus haben. Ich habe schon ein paar Sachen hier aufgebaut. Ach genau, ich habe noch ein paar Grabsteine unterwegs gefunden, noch ein paar Samen. Essen lassen wir mal noch dabei, was ich noch schon... Ach so, genau. Ich habe jetzt ein Texturenpaket runtergeladen, kann auch gerade mal gucken, wie es heißt. Modern Slowcraft, also HD-Texturpaket. Und dann gibt es noch hier Sparks. Das sieht auch noch ziemlich cool aus. So sieht das aus. Könnt ihr mal sagen, was euch besser gefällt in den Kommentaren? Also mir gefällt das andere, ähm, bisschen besser. Hier sind irgendwie so, ähm, zu wenig Farben da. Das nerft ein bisschen. Dann mixen wir das gerade noch mal zum, ähm, anderen Texturenpaket. Und machen dann gerade noch, ähm, weiter. Ab und zu mal auf die Uhr schauen. So. Ach, jetzt ist die Schaufel schon wieder kaputt. Dann brauchen wir jetzt gerade ein neuer. Ach so, das ist die, das ist die Truhe. Falsch. So, hier. Ähm, brauchen wir erstmal noch ein paar Sticks. Dann, so, dann machen wir jetzt gerade mal ne Steinschaufel. Die dürfte ein bisschen länger halten. Hoffe ich zumindest. Also schneller geht's auf jeden Fall. Um einiges auf jeden Fall. Mal schauen, wie wir unser Haus da hinbauen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Egal, machen wir erstmal hier Platz. So. Sand brauchen wir auf jeden Fall später noch. Also, ähm, auch noch für, ähm, Fenster. Ich glaube, hier gibt es sogar, ähm, Metalltüren. Also, ähm, ganz normale Metalltüren. Dann auch so, ähm, mit, ähm, wie soll ich sagen. So, eine Gittertür. Genau. Ich weiß auch noch nicht, wie die gemacht wird. Da muss ich mal gucken, weil beim normalen Minecraft gibt's die nicht. Also, für Computer. Aber sonst ist es so ziemlich alles gleich. Vom Craften her. Ähm. Dann müssen wir noch schauen, wie groß wir unser Haus dann machen. Für den Anfang muss es ja jetzt nicht so groß sein. In Höhlen müssen wir uns auch noch begeben. Spätestens wenn wir, ähm, gibt's ja eigentlich, ähm, Deneter. Ich glaub nicht. Doch, doch, muss es eigentlich geben, weil es gibt ja auch Closedone. Ähm. Dann bin ich mal gespannt, wie ist das, ähm, wie, wie wir das, ähm, mit, ähm, mit dem Strom machen. Weil hier gibt's ja auch Strom. Das kann ich euch mal, äh, äh, euch mal eigentlich später noch zeigen. Ach, komm, jetzt so. Jetzt sind wir jetzt gleich auch gleich fertig. So. So. Der Baum ist auf jeden Fall noch weg. Mal gucken, wo da noch die Äste sind. Also. Die Stämme. Weil der noch nicht weg ist. Muss hier irgendwann noch ein Baumstamm sein. Wenn ich ihn finden würde. Ähm. Also irgendwie ist da keine mehr. Wenn ich das richtig sehe, ist hier echt keine mehr. Jetzt frag ich mich noch, wieso die Blätter hier noch da rum schwirren. Die muss man aber nicht alles selbst, ach, ach, genau, ja. Da ist auf jeden Fall noch ein Baumstamm drin, ne? Ganz oben, weil ich da nicht drangekommen bin. Genau. Ja, anscheinend haben wir wieder Hunger. Ja, genau. Essen wir gerade noch was. So. Das sollte es eigentlich gewesen sein, ja. Ähm. Das Leben lädt sich wieder automatisch auf, wenn man genug gegessen hat. Nach der Zeit. Ich glaub, es dauert ein bisschen länger. Aber hochbauen kann man sich irgendwie nicht. Ah, doch. Funktioniert. Ah, ich komm immer noch nicht dran. Ah, jetzt hab ich meine Axt weggeschmissen. Das sind auf jeden Fall noch eine Menge, ähm, Baumstämme da. Und jetzt geht's gar auch noch eins höher. Oh, jetzt kann man nicht genug haben. So. Dann müssen wir noch eins höher. Komm. Komm schon. Och. Komm schon. rumors ist jetzt die letzte. Und es geht noch eins höher. Ist auch noch eine. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch einer, genau. So, ganz da hinten ist auch noch einer. Was ist ein Baum, ey? Vertreibt man nicht. Man kann auch über eine ziemlich große Entfernung hier... Sachen abbauen. Ich glaube, das ist schon der nächste Baum, oder? Nein, das macht doch dasselbe. So, dann machen wir hier mal noch weiter. So. Wir werden gerade noch hier die Blätter entfernen, damit wir sehen, wo wir gerade sind. Da würde ich sagen, reicht das erstmal für den Anfang. Jetzt haben wir gerade mal noch das Holz ein und wenn wir unsere Axt finden, auch wieder unsere Axt. Die habe ich jetzt leider nicht gefunden, mal wieder. Schade. Und ja. Dann würde ich sagen... Bauen wir uns einfach gerade wieder eine Axt. Das war falsch. Ne, das war richtig. Das ist ja eine Axt. Und gleich auch noch eine Schaufel. Die Sonne geht wieder auf. Ach, genau. Eigentlich, weil ich nicht verstehe. Ähm. Das Aufnahmeprogramm kann doch nicht so viel. Ähm. Kann mein Gerät auch nicht so langsam machen. Und eigentlich kann ich das Spiel auf 160 Blöcken bei Ding spielen, bei, ähm, bei High, also bei, ähm, Grafikdetails mit hoch. Aber wenn ich jetzt hier alles hoch stelle, ähm, funktioniert es dann trotzdem nicht. Es hängt dann ziemlich arg. Weil... Aber es sieht auch ziemlich schön aus, muss man sagen. Wir könnten das auch eigentlich so aufnehmen. Es würde viel schöner aussehen. mit dem Sonnenaufgang und den Wolken. Und dann ruckelt es auch wieder so extrem. Genauso verstehe ich nicht. Wenn ich nicht aufnehme, funktioniert das alles einwandfrei. Aber kaum starte ich das Aufnahmeprogramm, funktioniert es schon wieder nicht mehr. Aber die Sichtweite können wir schon noch so, äh, so losen. Dann lassen wir es auf jeden Fall, ähm, so. Und fangen dann mal an, unser Haus zu bauen. Dann würde ich sagen, wir bauen unser Haus. Hm. Ah, ich muss wieder bald schlafen gehen. Ach genau, wenn man nicht schlafen geht, dann, dann schläft er eigentlich, ähm, da, wo man gerade halt ist, wenn er, ähm, zu müde ist, schläft er einfach ein. Und wenn er jetzt nicht gerade auf harmlos spielt, ist es eigentlich ziemlich riskant. Und hier lassen wir das mal auf unlimited. Ich stelle das auf 96 Blocks. Und dann lassen wir es einfach so. Genau. Ruckelt sich so arg. Und sieht schön aus. Dann würde ich sagen, heben wir schon mal den Boden aus. Mal schauen, wie breit wir unser Haus machen. Ach, die Schaufel ist kaputt. Ähm. Es muss ja auch nicht hundertprozentig symmetrisch sein. Kann ja auch über Ecken gehen. Zum Beispiel jetzt hier einfach mal da entlang. Und dann wieder hier entlang. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Jetzt lassen wir eigentlich noch zurückgehen. Dann das Ganze ausheben. Dann kommt unten schon mal der Boden rein. So. 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 So, hier ist gerade wieder auf. Unsere Schaufel ist schon wieder kaputt. Dann heben wir das gerade noch auf und dann würde ich sagen, ist die Folge auch mal vorbei. So gefällt mir das eigentlich schon richtig gut. Ja. Entschuldigung. Ach komm, wollen wir uns gerade noch eine kleine Schaufel? So. 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 Und dann hätten wir es auch gleich schon geschafft, würde ich sagen. Am Handy finde ich ist so ein kleines Haus schon ziemlich viel Arbeit. An der Xbox oder am Computer würde das alles viel schneller gehen. Aber, ach genau, es gibt ja auch fürs Handy glaube ich ein Gamepad. Das wäre auch schon übelst cool. Aber die Steuern ist schon erstmal ziemlich komisch. Aber die Texturen gefallen mir auf jeden Fall schon mal ziemlich gut, besonders der Himmel, wenn Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang ist. Ach genau. Mein Mensch ist müde. Ähm. Ja. Ach da drüben. Das ist eine Stückchen da noch. So. Dann würde ich auch schon sagen, was ist mit dieser Folge? Gerade noch alles hier reinpacken. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Und dann haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.